können wir zusammen sein die machen er musste sich bisher musste ich mal bewerben auf jeden fall ja wenn man die nächste bewerbungsrunde offen ist dann lasst uns mal beide bewerben ja ich bewerbe mich sowieso jedes mal ich werde abgelehnt weil ich ja das praktikum damals nicht angenommen wurde ach hat man dann sowas wie du bist du auf einer blacklist oder oder wer auf blacklist bin ich nicht aber ich werde einfach nicht angenommen irgendwann werde ich irgendwann angewöhnen werden ja wird ja irgendwann mal was ist da simon stone der innenminister von rpg city und noch ein paar orc members was da ist der innenminister leute damit ihr noch sieht der ist verheiratet mit moritz wain ja ach mit dem orc leader ach das ist moritz mann weiß gar nicht ist er vielleicht eine orc sogar orc er kann ja nicht raus er würde in die orc gehen aber er kann nicht raus weil in der stadt orc bleiben muss ach sonst fliegt er raus sie können die jetzt alle zur orc hier was gehen die alle zur organisation hier ja außer simon wie gesagt ach so machen gerade was die machen die bellen hier gerade und versuchen so auch noch dabei abzuknallen stm screen xd läuft wirklich heute kannst du jetzt muss jetzt ja jetzt hat auch ein idea jetzt ich dachte jetzt ich schlagen das macht noch eine beschwerde gegen mich aber es ja nur spaß ich habe gestern mitten auf der aufnahme jemand abgeknallt weil der hat mein motorrad genommen weggefahren damit und das darfst du dann soweit ich weiß dass man motor hat genommen hat er hat weggefahren dann habe ich den irgendwann noch gekriegt weil er dann ihn wieder bei mir liegen lassen dann habe ich ihn für den aus dem motor unter geschmissen bin zudem dann und hat er noch ganz recht joke geschrieben habe ich abgeknallt nicht ganz jetzt noch ausgelockt aber sonst keine leute ab hier die zuschauer wissen das auch wie nett ich bin also wir schon gehört aber mir ganz berühmte leute in der organisation also wissen nicht so eine no name fraktion bei der organisation würde ich nicht so sagen ja das habe ich jetzt auch weil wir haben eigentlich zu jeder fraktion haben wir jetzt kontakte durch moritz der kennt eigentlich jeden newsreporter der kennt ordnungsunter erkennt regierungsmitglieder richtig richtig heftig ja der moritz doch level 24 der ist glaube ich der höchste unter uns ja mich erschienen ist glaube ich auch so hoch und danach kommt wer danach wer kommt denn danach haben wir auch so hoch sind wie ich jetzt 18 17 äh weiß ich nicht muss man tp gucken dann steht das dann kann ich mal später nachgucken nach sagen wie gesagt ich weiß nicht keine ahnung ich habe auch gesehen dass auch ein kanal das nimmt auch auf oder nimmt sie nicht auf werde ich bin nicht also ich habe mal aufgenommen es macht mir ein spaß wo ich ins wasser muss aber jetzt was erhüpfen auch geil mache ich mal also wir sind hier auch zurzeit also auf dem youtube kanal ich bin ich letzt wäre auch von so und ab und zu let's play dann mein let's play partner aber da ist auch halt mehr aktiv als ich komme ich nie dran ich mache ja wie wenn ich habe jetzt eigentlich nur als eine video von dir gesehen fand ich halt cool irgendwie ist nicht ich finde ein bild irgendwie dieser löwe ist irgendwie folge ich weiß nicht ja den habe ich mal vor zwei jahren aus google gefunden oder noch editiert und sowas ich finde irgendwie voll geil ich weiß nicht aber ich finde irgendwie nichts besonderes aber ist irgendwie geil das ist ein netter kompliment was waren die etwa jetzt als kalle wenn ja alles screen alles ist genau alles auf raps wie melden die alle das interieur wird noch gar nicht gezeigt oder ach genau ja also nähe ja also wieder wunderschön ja ja schön über die bank und über den tisch hüpfen genau gehen wir mal hier hoch hier geil hier haben meine geiler privat car hier seht ihr da bild geiler ja ein bm wenn wir hier rein ja gut was das jetzt sein soll ja lass mir jetzt mal die polizei ja hier ist mein zimmer zugeschlossen darf es nicht rein und ja kommen wir runter aber noch geiler esstisch hier ich schwöre man muss einfach ein kilometer laufen um bis zur küche zu kommen man versteht doch sein ganzes essen er ist es echt abnormal weil man wie langsam aber braucht guck mal jetzt laufe ich mit es kommen wie lange das dauert ist es dauert mit essen dann kannst du noch eine stunde laufen wo ich jetzt essen hätte es wäre einfach schon kalt geworden also das hätte ein bisschen archäologisch hier besser anklicken hier hat man ja auch nicht ich kann sie essen ist auch schädlich aber ich will eigentlich noch ein paar bilder sehen damit ist keine mehr bilder wer macht denn die häuser innen drin was das sind die häuser sehen player ach so also diese wirklich so aus okay dann sind wir ja auch mein lieblingsbild habe ich gemalt übrigens das ist das hat ja und dollar gekostet könnte auch noch kaufen bei mir um vier dollar also richtig moderne kunstner ist da jörg ihr fenster wo man durchgucken können sieht man ganz viel ja ich gehe wieder raus also wird sagen wenn du willst jetzt noch irgendwas machen oder ja also ich spende jetzt auch direkt abwechsel damit ich nicht über die aufnahmen bin ich kann gerade nur 15 minuten aufnehmen youtube sagt nur 15 minuten ja dann würde ich sagen springen aber doch mal mit mastercard ins ding was der karte dann könnte ich auch verabschieden direkt bei johr warte warte man da habe ich springe einfach jetzt drauf ja komm wir haben einfach mal runter da so weit schütteln so freundlich mal was an mal was der karte kommt auch noch ich mache dann das springen wir ok machen wir so ein schönes ende sowas hatte ich ja noch nie aber ist ein jetzt scheiß drauf mein gott da ist er doch da kommt er noch ich mache cd nein 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 was macht er denn ich mache cd ich bin der master so 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 dann werde ich sagen von meiner hausseite aus tschüss und bis zum nächsten mal so dann kann christian und auch tschüss von mir bis zum nächsten mal